Kriegspropaganda und Medienmanipulation sind uns allgegenwärtig. Der Historiker und Medienwissenschaftler Christian Hardinghaus beleuchtet diese Themen in seinem Buch kritisch. Ich will mehr darüber wissen. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier bei der Buchmesse. Warum hast du das Thema Propaganda für eine Publikation gewählt? Weil du hast ja sonst mehr andere Bücher geschrieben, sag ich jetzt mal. Ja, du hast es ja vorgelesen, also Historiker und Medienwissenschaftler. Da passt das ganz gut zusammen. Und das Thema hat mich immer begleitet, denn ich habe 2011 auch meine Promotion über genau dieses Thema geschrieben. Also über Propaganda und Vorurteile in sozialen Netzwerken. Also ich habe damals die Facebook- und StudiVZ-Netzwerke, gab es noch, habe ich schon auch so Propaganda-Inhalte untersucht. Und habe das auch in meinem ganzen Studium, also der Medienwissenschaft und Geschichte, immer so verfolgt und begleitet. Und irgendwann habe ich gesagt, nach den vielen Zeitzeugenbüchern und Biografien, die ich herausgebracht habe, muss mal wieder so ein Update her. Ja, habe ich da mit meinem Verleger gesprochen, weil wir eben gerade sehr viel Propaganda belastet sind. Und deswegen habe ich es ja auch speziell auf Kriegspropaganda ausgelegt, weil wir jetzt diesen großen blöden Krieg dort haben in Westeuropa. Das hat dich ja dann im Prinzip eingeholt, ja? Du hast ja sicherlich schon vorher angefangen, denke ich mal, in so einer Zeit? Nee, nee, nee. Das ist dann auch dadurch entstanden, dass ich gemerkt habe, jetzt ist schon wieder ein großer Krieg da. Und es ist schon wieder in diesem großen Krieg, finden wieder alle Prinzipien und Elemente der Kriegspropaganda, finde ich wieder. Ja, dass wir da mal einfach jetzt gucken, dass wir die Leute nochmal aufklären, was das überhaupt ist und warum das vielleicht immer gleich ist und wo die Gefahren sind. Da hat man sich das im Prinzip so ein bisschen angestaut und dann kam der Startschuss eigentlich dann dadurch, dass es dann wieder präsent war. Mit Sicherheit. Also ich habe den Krieg von Anfang an beobachtet. Da knüpften ja auch die anderen Themen dran an. Also ich habe ja sehr viel über den Zweiten Weltkrieg geschrieben, dann Soldaten und Kriegsfrauen und Hitlerjungen und Kriege natürlich überall beobachtet. Und gerade was die Propaganda eben betrifft. Und da ist mir dann im Ukraine-Krieg, ist mir das sofort alles aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit, vielleicht mal wieder so ein größeres Buch über Propaganda zu machen oder so ein allgemeines Werk über Propaganda. Also da steht ja ein Titel jetzt drunter, erstmalig bei meinen Büchern, was sie wissen sollten, um sich nicht täuschen zu lassen. Das hat also durchaus ein kleines bisschen Ratgebercharakter. Okay. Und das ist so was Neues. Also es soll schon wirklich handlich über einzelne Techniken auch aufklären. Hm, genau. Jetzt mal nochmal kurz weg von der Kriegspropaganda. Jetzt mehr doch die allgemeine Medienmanipulation oder Propaganda. In den Medien der letzten Jahre waren und sind immer wieder Themen präsent, die umschrieben werden mit Klimaapokalypse oder globaler Finanzkollaps oder Killerviren. Das war jetzt ja in der Corona-Pandemie. Und schon allein die Worte sind ja regelrechte Endzeit-Szenarien. Welche Methode steckt deiner Meinung nach dahinter? Und was sind die eigentlichen Ziele? Ja, also diese Themen, diese Apokalypse-Fantasien, die sind natürlich irgendwo angeheizt durch Medien und auch durch Politik. Also das ist das, was ich in den letzten Jahren sehr krass beobachtet habe. Also es ist eben so, dass die Menschen wenig Ruhe bewahren, sondern da ist dieses Thema, da ist die Pandemie und es wird gleich darauf geschlossen, dass irgendwie alle sterben. Ja, dass alles untergeht, Lockdown und wir gehen alle pleite und wir gehen alle drauf. Und so ist das mit dem Klimathema auch. Also es gibt dann die Generation, die sich die letzte Generation nennen, ob sie damit implizieren, dass sie vielleicht denken, sie sind die letzte Generation und noch versuchen zu kämpfen, um irgendwas noch aufzuhalten. Aber es ist schon eine Art von Pessimismus, der vorherrscht, der natürlich mit Sicherheit Medien beeinflusst ist. Denn ich habe das Gefühl, bei den letzten großen Krisen, also ich nenne sie jetzt mal, ja Klimakrise können wir vielleicht mit anfangen, aber ganz besonders die Corona-Krise und die Migrationskrise, das sind natürlich alles Themen, wo auch Ängste geschürt werden und wenig Positives in den Medien zu lesen ist. Also was man sich vielleicht wünschen würde in einer Corona-Krise, dass es Politiker gibt, die aufmuntern und beruhigen und irgendwie sich nicht widersprechen, sondern klare Konzepte haben, ist doch sehr dieses Panik schüren und mit den Ängsten der Menschen auch in gewisser Weise vielleicht spielen, ja, um bestimmte Agenten durchzusetzen politisch. Und das hat, glaube ich, sehr viel Unruhe gebracht in der Gesellschaft. Und da ist durch diese extremen Krisen, die wir da hatten, ist das Vertrauen in die Medien wirklich radikal runtergebrochen. Und das ist natürlich, die Menschen sind verunsichert, ja, sie trauen den sogenannten Mainstream-Medien nicht mehr, da schimpfen sie drauf, wenden sich alternativen Medien zu, in der Hoffnung, dass sie dort besser informiert werden oder neutraler, geraten da natürlich dann auch wieder in Gefahr, manipuliert zu werden. Und so ist es so, ich habe viele Ängste, ich habe viele Ängste, nicht ich persönlich, aber der Mensch hat viele Ängste, weil ihm viel Angst gemacht wird, durch alle Formen von Medien und Politikern. Und er weiß sich nicht mehr zu helfen und findet sich nicht mehr zurecht und sucht krampfhaft halt nach irgendetwas, nach irgendeiner Ideologie oder irgendeiner Maßnahme, die ihn davor schützt. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen und die beste Zeit für sämtliche Propagandisten, die also sagen, komm zu uns, komm zu mir, mach das, dann wirst du nicht krank oder dann hast du eine gute Zukunft. Und das nimmt ziemlich zu. Also nicht nur die Manipulation durch Verunsicherung, sondern natürlich ist das auch die Veränderung der technischen Gegebenheiten. Also dass wir ganz neue Methoden haben, heute Menschen zu beeinflussen. Und wir haben nicht mehr die drei Fernsehprogramme, sondern unendlich. Nicht nur die eigenen Internetseiten, sondern die sozialen Netzwerke der ganzen Welt. Und so werde ich als Deutscher heute, wie es zum Beispiel in anderen Kriegen waren, dass ich als Deutscher dann im Zentrum deutscher Propaganda stand, weil es gar nichts anderes an mich rankam. Es ist heute so, dass in Informationskriegen, wie wir sie heute haben, werden wir ja durch die Propaganda der anderen Länder mit manipuliert über die Kanäle. Also man kann sich wirklich sehr schlecht wehren. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, in deinen Büchern hast du immer wieder den Zweiten Weltkrieg aus Sicht der letzten Zeitzeugen aufgegriffen. Also es gab Gespräche mit Soldaten oder Kindersoldaten oder unmittelbar Betroffene. Und ich habe jetzt nochmal gesehen, in einem Interview mit uns 2018 hast du gesagt, dass es eben wichtig sei, in der Erinnerungskultur einzubauen, wie brutal der Krieg ist. Also du hast es die Hölle auf Erden genannt. Und ja, mit dem Krieg in der Ukraine sind wir durch die sozialen Medien jetzt mittendrin im Geschehen. Also wir sind praktisch live dabei. Und warum siehst du die Macht der Bilder, also Foto und Film, so kritisch? Also auch auf die journalistische Berichterstattung, also selbst in Deutschland. Das hast du ja in deinem Buch auch so beleuchtet. Naja, ich sehe sie kritisch, weil der Krieg ist eine Form von Medien, also im Krieg gibt es keinen Journalismus mehr, der Journalismus heißen kann. Also sobald ein Land im Krieg ist, ganz egal welches und wo, ob im Westen oder im Osten, im Süden oder im Norden, Medien werden gleichgeschaltet im Krieg. Also in diesem Land herrscht Kriegsrecht und alles muss diesem Krieg untergeordnet werden. Das heißt, es gibt in beteiligten Kriegsländern, das ist in Russland so, das ist in der Ukraine so, beide sprechen nicht davon, dass die Medien gleichgeschaltet ist. Aber wenn man das sich als Medienwissenschaftler anguckt, dann sieht man, dass es einfach nur andere Worte dafür benutzt werden. Aber die Medien sind kontrolliert, das heißt, es geht nichts mehr an die Menschen raus, was nicht abgesegnet ist von oben und was nicht im Einklang ist mit der Kriegsführung des jeweiligen Landes. Und wir sind nun mal als dann neutrales Land, sind wir abhängig von den Informationen über diesen Krieg, von den Medien der Kriegsländer. Also was wir bekommen sind Informationen quasi der ukrainischen Armee oder der russischen Armee. Und das ist ja eine vorbereitete Sicht. Also ich habe keine Möglichkeit als Journalist eines neutralen Landes in ein Kriegsgebiet einzureisen und mir eine unabhängige Meinung zu machen. Das ist unmöglich. Und so sind wir natürlich, sind die Redaktionen in unserem Land ständig der Kriegspropaganda der beteiligten Länder aufgesessen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel, wir haben uns im Westen sehr schnell festgelegt, was auch recht einfach war, weil ja Russland den Krieg losgetreten hat. Und dennoch haben wir uns sehr, sehr konzentriert auf die ukrainische Erzählung des Krieges. Und das bedeutet natürlich, die Ukraine macht genauso Propaganda, vielleicht in einer anderen Form und mit anderen Mitteln. Aber was wir von dort kriegen, ist eben auch Propaganda. Und da muss man natürlich sehr aufpassen in den Medien neutraler Länder, ob man das so als Wahrheit oder Richtigkeit senden kann. Oder wie man das einordnen sollte. Also viele Redaktionen behelfen sich dann damit, dass sie sagen, konnte nicht unabhängig geprüft werden. Aber das Bild entsteht eben trotzdem. Und so ist das auch zum Beispiel mit dem, was im Irakkrieg 1990 angefangen hat, mit den sogenannten Embedded Journalists. Das sind also internationale Journalisten, die in Kriegsgebiete hineingelassen werden. Das passiert in Kriegen. Und man hatte damals sich davon versprochen, dass also neutrale Länder die Möglichkeit bekommen, im Kriegsgebiet zu filmen, was ansonsten unmöglich ist, weil sie nicht reinkommen würden. Aber auch das ist eine Propagandamethode des jeweiligen Staates. Denn der unabhängige Journalist, der wird ja nur von der einen Seite eingeladen. Also der wird dann zum Beispiel eingeladen, die ukrainischen Verbände zu begleiten. Ja, dann geht ja jemand mit noch. Indem er das tut, wird er quasi Teil dieses Verbandes. Also er isst mit denen, schläft mit denen, wird von denen beschützt vor allen Dingen, kriegt das Leid mit, spricht mit denen über ihre Familien und der ist nicht mehr neutral. Er kriegt ja auch was vor, also kleine Häppchen im Prinzip, dass man die das schon gibt. Er ist psychologisch einfach so beeinflusst, dass er nicht mehr in der Lage sein kann, neutral und objektiv zu berichten. Und ja, dann müssen wir eben sehen, dass wir keine, also wir können eben gerade auch gar nicht uns auf irgendetwas verlassen. Wenn wir die Opferzahlen zum Beispiel der Ukraine, die uns die Ukraine angibt, ja, die Opferzahlen der eigenen Soldaten und der russischen Soldaten, es ist quasi genau umgekehrt in Russland. Also man untertreibt die eigenen Verluste und man übertreibt die Verluste des Gegners und das ist eine propagandistische Taktik. Ja, also damit will man alle verwirren, den Feind einschüchtern und der Welt zeigen, wir sind die besser ausgebildete Armee. Und ja, da muss man natürlich dann aufpassen, dass man nicht nur, weil man jetzt an der Ukraine dran ist oder sich ihr als Partner verpflichtet fühlt, dass man das übernimmt. Ja, sonst kriegen wir alle ein falsches Bild von dem, was da stattfindet. Genau. Und du hast ja auch dann erklärt in deinem Buch, das Medium selbst, Foto und Film ist ja eigentlich auch sehr kritisch zu sehen, also eigentlich gefährlich, weil man kann ja einen bestimmten Ausschnitt nur wählen. Das hast du ganz gut erklärt. Ja. Der Perspektive, das kannst du ja vielleicht nochmal kurz sagen, was da so die Gefahr ist, ne? Naja, also es ist die Kamera, vor der wir jetzt hier auch sitzen, die zeichnet das auf, was sie aufzeichnen soll. Genau. Ja, also wenn jetzt hier neben irgendwas wäre ein Strand oder so, dann hätten wir hier zum Beispiel die Buchmesse gefaked, wenn er darüber schwenken würde. Das würde er dann natürlich nicht tun, weil wir die Buchmesse haben, ja? Wir könnten also jetzt ja in einer, in der Kölner Innenstadt sitzen oder was weiß ich. Das ist jetzt ein, ja, ist nicht drauf, alles klar. Aber das ist so, die Kamera zeigt das, was sie zeigen soll und es reicht einem wirklich, das weiß der Kameramann, ein kleiner Schwenk nach links oder nach rechts und es könnte eine ganz andere Geschichte erzählt werden. Das funktioniert mit Filmen genauso wie mit Foto. Es bedeutet, es heißt Fragmentierung, das ist auch eine propagandistische Taktik, Methode, diese Fragmentierung. Das heißt, ich zeige eben, ich zeige einen bestimmten Ausschnitt, beschneide also ein Bild. Es gibt da zum Beispiel ein Beispiel von einem irakischen Soldaten 2003 im Irakkrieg, der von zwei amerikanischen Soldaten flankiert wird. Ja, und der eine gibt ihm was zu trinken und der andere hält ihm sein Gewehr an Kopf, also von der einen Seite. Und dieses Bild kann jeweils verschiedene Eindrücke verschaffen, indem man den einen Soldaten ausschneidet. Also man kann dann quasi das Bild nehmen und hat nur noch den Amerikaner mit der Knarre. Dann kann man also zeigen, seht her, die amerikanischen Soldaten verüben Massaker oder bedrohen Gefangene oder sonst irgendwas. Und die andere Seite kann zeigen, das wäre dann die amerikanische, wir gehen sehr, sehr human mit den Irakern um, indem wir ihnen Wasser geben. Und man müsste also dieses ganze Bild zeigen, um tatsächlich sehen zu können, dass von beiden etwas da ist. Aber das will die Propaganda ja nicht, weil sie hat eine Intention. Die irakische Propaganda möchte dann eben darstellen, die Amerikaner sind böse und die Amerikaner möchten sich als gut darstellen. Und das sind ganz einfache Bilder und das findet täglich statt. Das haben wir in allen Kriegen und das ist, ja, das ist sehr erfolgreich, diese, ja, das ist eine klassische Manipulation. Deswegen sollte man sich halt auch verschiedene Quellen angucken oder wie? Ja, so weit möglich sollte man, ich bin der Meinung zum Beispiel, dass man Medien sehr breit konsumieren sollte. Und wenn jemand sagt, diese oder jene Programme darfst du nicht gucken oder der Kanal ist nicht zu empfehlen. Ja, also wenn dann jemand sagt, wir dürfen alternative Medien nicht gucken, die machen nur Propaganda. Ja, so. Auf der anderen Seite sagen Menschen, wir können dem Mainstream nicht vertrauen, wir dürfen keinen Mainstream-Sender mehr gucken. Das ist dann schon wieder Propaganda von der einen wie von der anderen Seite. Ja, also wenn ich mir wirklich ein neutrales Bild machen möchte, muss ich mir immer verschiedene Meinungen anhören, so wie ich mich auch politisch orientiere, muss ich mir verschiedene Medienformate angucken. Und darf mich dann auch nicht davor scheuen, irgendwas zu gucken, was andere vielleicht als falsch oder schlecht bewerten, sondern das gehört dazu, um sich eine Meinung zu bilden. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch, also ich bin völlig gegen Zensuren, ich halte auch nichts davon, dass russische Fernsehkanäle zensiert werden, weil ich weiß, dass es in gewisser Weise gefährlich ist, sich der Propaganda auszusetzen. Aber es ist noch gefährlicher, dann diese Sendung nicht zu zeigen oder noch diese Sender zu zensieren, was ja passiert. Ja, sie dürfen, Russia Today hieß das mal, RT, kann nicht mehr gezeigt werden in Deutschland. Aber die, die, die es sehen wollen, finden es natürlich trotzdem. Aber das ist dann so ein Eindruck, den auch die Russen dann wieder nutzen können, indem sie sagen, die Deutschen zensieren doch auch. Und dann haben sie dann ja schwarz auf weiß. Sie werden also zensiert. Und für mich ist es wichtig, dass man dann also schon die Menschen das sehen lässt, was sie sehen wollen, um sich eine Meinung zu bilden. Und man kann dann darüber reden. Man kann zum Beispiel auch ganz einfach dann russische Propagandamethoden oder ukrainische Propagandamethoden erklären und aufklären. Ja, also es muss ja nicht so wirken. Aber es ist in Deutschland wie mit vielen anderen Bereichen auch so, dass man hier lieber wegtut. Was man nicht sieht, das wirkt nicht. Und wenn man darüber nicht spricht, dann wird es schon irgendwie an uns vorbeigehen. Und das ist so eine Larifari-Einstellung, die eigentlich eher ins Gegenteil führt. Nämlich, dass man merkt, da sind Medienleute, die sind nicht mehr kompetent oder die wollen nicht mehr oder die können nicht. Und so suchen sich die Menschen natürlich andere Sender, die mutiger sind und das angehen. Du erklärst Propaganda anhand einer ganz einfachen 4M-Formel, nennst du das. Und nennst dann die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten aus der 1933 so als extremes Beispiel dafür. Also Stichwort dieses Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Wie zeigt sich hier Propaganda und welche Folgen hatte das auf das Volk? Also Propaganda habe ich jetzt, ich habe es in meinem Buch als 4M-Formel angegeben, weil man sich so leicht merken kann, weil die Hauptbestandteile jeder Propaganda ist die Manipulation von Mächtigen mittels Medien an die Massen. Also das sind die 4M. Massenmanipulation von Mächtigen über Medien. Das ist also, Propaganda kann man erklären als die Versuche, Menschen oder Massen von Menschen politisch so zu manipulieren, dass sie ihre Verhaltensweisen ändern und das Ganze eben über Medien. Also das ist ganz wichtig, dass man sich das so klar macht, dass Propaganda auf jeden Fall politisch ist. Ja, weil es wird natürlich so in der Umgangssprache wird Propaganda mit allen möglichen durcheinander geschmissen. Also Propaganda und PR, allein schon dieses PR sehen viele als Abkürzung von Propaganda und dann wird auch Propaganda in der Werbung gesehen oder es wird da so kein Unterschied gemacht. Aber Propaganda unterscheidet sich wirklich maßgeblich von PR und Werbung, dass es eben eine politische Zielsetzung hat, dass sich eine Weltsicht, eine Ideologie und das Volk mischen will. Und das ist in jeder Propaganda so, das ist auch in jeder Kriegspropaganda so. Diese Bestandteile bleiben gleich. Und das Beispiel der Machtergreifung der Nationalsozialisten, ja, das ist eins von vielen Beispielen, wo man das eben nachweisen kann. Aber das war eben auch die Manipulation der Massen durch, in dem Fall Goebbels Medienapparat, der sehr ausgefeilt war, sehr gleichgeschaltet war. Und man konnte eben durch diese Medien dem Volk, also irgendwie weismachen, wer der Böse ist und was zu tun ist. Also, aber wie gesagt, das ist nicht irgendwie beschränkt oder besonders im Zweiten Weltkrieg. Die Folgen natürlich ganz besonders, ja, was die Inhalte der nationalsozialistischen Propaganda gemacht haben. Also man muss immer unterscheiden. Propaganda an sich ist die Technik, ja. Die Propaganda folgt natürlich eine Ideologie und die kann immer unterschiedlich sein, ja. Da kann man sagen, sicherlich ist eine Klimaideologie nicht zu vergleichen mit einer NS-Ideologie. Das ist etwas völlig anderes. Aber die propagandistischen Methoden an sich, die können gleich gesetzt werden. Das sind ja einfach nur schlichte Manipulationsmethoden. Und die sind immer gleich geblieben. Also, und sie funktionieren nach wie vor. Von Anbeginn der Zeit bis heute. Und die Menschen fallen immer wieder drauf rein. Kannst du nochmal kurz sagen, die NS-Zeit, was das dann für Folgen für das Volk hatte? An sich, man sieht ja immer klar, die Folgen des Krieges, okay. Aber das Volk, das wurde ja total extrem manipuliert dann. Die Deutschen selber. Weil die sind ja, es ist ja irre, wie die den hinterhergelarrant sind, den Hitler. Ja, natürlich. Also, irgendwann kam natürlich die Einsicht, dass sie manipuliert worden sind. Ja, es werden auch viele gemerkt haben. Es haben ja ganz viele Menschen auch versucht im Zweiten Weltkrieg, sich in Auslandsquellen zu informieren, wo sie was anderes gehört haben. Und es war im Zweiten Weltkrieg, also wir hatten damals eben kein Internet oder sonst irgendwas. Wir mussten das nehmen, was wir kriegen von den wenigen Radiosendern und Zeitungen. Und da gab es natürlich wesentlich, also im Gegensatz zu heute kaum Möglichkeiten, sich anderweitig zu informieren. Aber man hat schon, das war damals schon auch ein Krieg der Medien. Also die einzelnen beteiligten Länder, die haben alle sogenannte Tarnsender gehabt, die also vorgaben, ein deutscher Sender zu sein. Es war aber ein britischer Sender, um die Menschen zu manipulieren wieder. Also, es ist von allen Seiten passiert. Ich glaube, da die Propaganda des Zweiten Weltkrieges, da ist es doch, glaube ich, dann auch sehr der Inhalt gewesen, die Ideologie, der man sich dann geschämt hat oder das nicht zugeben wollte. Denn diese Propaganda, es ist dann das Zusammenspiel zwischen Propaganda und Ideologie, aber diese war nun mal sehr, sehr mörderisch. Also da fällt mir kein vergleichbares Beispiel ein. Also wenn man sagt, die Propaganda des Dritten Reiches, und davon bin ich überzeugt, hatte einen maßgeblichen Anteil am Holocaust, dass der eben möglich wurde. Also man hat ja nicht propagandistisch den Holocaust erklärt und konnte den auch nicht rechtfertigen. Aber diese kontinuierliche Propaganda, das Darstellen des Juden als größter Feind der Menschheit, das wurde eben so propagandistisch vorbereitet, dass letztendlich in Summe so etwas dabei rauskam. Und da bin ich absolut der Meinung, dass die Folgen der nationalsozialistischen Propaganda unübertroffen sind. Aber die Methoden, die sie benutzt haben, die werden immer weiterhin benutzt, auch im ganz Kleinen, auch wenn es keine Toten gibt. Aber sie funktionieren immer noch. Zum Schluss, du hast es vorhin schon gesagt, es ist irgendwo auch ein Ratgeber. Das ist durch diesen Untertitel, ja. Willst du nur aufklären, aber, oder vielleicht auch warnen? Das möchte ich natürlich beides. Beides. Also das Buch ist so geschrieben, dass ich natürlich erstmal erkläre, was ist Propaganda, und wie hat der Begriffswandel stattgefunden, was hat man früher darunter verstanden. Also heute versteht man etwas Negatives. Man hätte zum Beispiel nicht das Reichspropagandaministerium im Dritten Reich so nennen können, wenn die Deutschen damals Propaganda als etwas Negatives verstanden haben. Da war es also mehr so der Stellenwert der Werbung. Es hat sich gewandelt durch diese Kriege, Erster, Zweiter Weltkrieg. Und das ist eben so ein bisschen der theoretische Teil, wo ich über die Geschichte von Propaganda schreibe und auch die Abgrenzung zu anderen Disziplinen. Und dann ist ein großer Teil dieses Buches, und deswegen ist das so, sage ich mal, so Ratgebercharakter, dass ich im Gesamten 115 propagandistische Methoden aufzähle und erkläre, was das ist. Fragmentierung hatten wir als Beispiel. Es gibt Framing und Scapegoating und Gaslighting und alle möglichen Formen, die uns täglich begegnen in der politischen Propaganda. Und die einfach mal zu erklären und zu sehen, wenn ich die erkenne, dann weiß ich, dass ich getäuscht werde, belogen werde. Und das kann man sehr gut veranschaulichen. Und das ist auch ganz interessant, weil diese 115 Methoden, die dort aufgelistet sind, die kann man dann auch überall finden. Die finde ich dann in jeder Krise und in jedem Krieg. Und irgendwann denke ich, hat man das verinnerlicht und erkennt das wieder. Das ist doch schon mal so gewesen. Das hat doch im letzten Krieg auch stattgefunden. Und der dritte Teil des Buches ist dann, dass ich wirklich die einzelnen Kriege durchgehe. Erster Weltkrieg, zweiter Vietnamkrieg, die Irakkriege, Jugoslawien, dann bis Russland und Ukraine. Und dass man eben zeigt, wie diese Kriege funktionieren, wie die Propagandamethoden immer dort Anwendung finden. Und dass die Kriege immer nach bestimmten Prinzipien funktionieren. Das kann man sehr, sehr gut aufstellen und vergleichen. Und dazu gibt es dann sehr speziell so eine Betrachtung auf die sogenannten Kriegsanlasslügen, die es zu jedem Krieg eigentlich gegeben hat. Und wenn der Krieg zu Ende ist, dann kommt diese Lüge meistens raus. Aber es sind die meisten großen Kriege, die wir hatten, sind entstanden durch eine Lüge oder eine Volksflag. So, dass die Menschen eben bereit waren, diesen Krieg zu führen. Und als es dann zugegeben wurde nach den Kriegen, war es dann zu spät. Dann waren die Toten da und die zerstörten. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch. Danke. Das ist doch vielleicht den einen oder anderen anregend, kritischer. Es ist ein absolut wichtiges Thema. Ja, ich denke auch. Jetzt haben wir parallel geredet, aber ja.